Heller LED-Produkte helfen Ihnen, die Sicherheit im Arbeitseinsatz zu erhöhen, Wartungs- und Kraftstoffkosten zu reduzieren und die Nachhaltigkeit Ihrer Fahrzeugflotten zu steigern. Der Unimog wird mit den Kennleuchten KLED 2.0 und Rotar-LED, dem Arbeitsscheinwerfer Q90 LED, dem Voll-LED-Scheinwerfer C140 und dem Zusatzfernscheinwerfer LED Lightbar 350 ausgestattet. Vor der Umrüstung ist das System spannungsfrei zu schalten. Bitte beachten Sie zudem die Montageanleitungen. Wir ersetzen die Halogen-Kennleuchte am Fahrerhaus durch die KLED 2.0. Diese überzeugt durch eine sehr hohe Warnwirkung. Die kompatible Rohrstutzen-Befestigung ermöglicht das Ersetzen im Nu. Im hinteren Fahrzeugbereich wird die Halogen-Kennleuchte durch die Rotar-LED ersetzt. Sie ist kompakt und mit rotierendem oder blitzendem Warnsignal erhältlich. Die Befestigungspunkte können 1 zu 1 übernommen werden. Achten Sie auf eine sorgfältige Verkabelung und Isolierung, um Defekte zu vermeiden. Hilfreiche Videos zum richtigen Krimpen finden Sie auf YouTube im Hella-Konzernkanal. Nach der Montage wird die Funktion der Kennleuchten überprüft. Der Arbeitsscheinwerfer am Streuteller wird durch Salze und Laugen stark beansprucht. Arbeitsscheinwerfer minderer Qualität weisen unter diesen extremen Einsatzbedingungen bereits nach kurzer Einsatzdauer Anzeichen von Korrosion auf. Daher erfolgt ein Tausch des defekten Arbeitsscheinwerfers gegen den Q90 LED. Sein wärmeleitendes Kunststoffgehäuse ist vollständig korrosionsresistent. Zudem hilft die homogene und tageslichtähnliche Ausleuchtung, den Streuvorgang am Streuteller besser im Blick zu haben. Nun widmen wir uns der Frontbeleuchtung. Zum Einsatz kommen der Voll-LED-Hauptscheinwerfer C140 LED und der Zusatzfernscheinwerfer LED Lightbar 350. Diese zeichnen sich durch eine sehr gute Lichtleistung, hohe Robustheit sowie durch eine lange Lebensdauer aus. Der C140 LED ersetzt in gleicher Anbauposition den alten Halogenscheinwerfer. Die elektrischen Anschlüsse sind in diesem Fall kompatibel und ermöglichen eine schnelle Installation. Die Zusatzfernscheinwerfer LED Lightbar 350 erhöhen die Lichtleistung im Fernlichtbereich und überzeugen durch geringe Leistungsaufnahme, geringes Gewicht und kompakte Bauform. Mithilfe der Bohrschablone können die Befestigungspunkte einfach übertragen werden. Nach erfolgreicher Montage kann nun der Funktionstest und die Einstellung der Scheinwerfer erfolgen. Perfekt umgerüstet mit heller LED-Produkten. Hier noch einmal im Vergleich. Vor der Umrüstung, nach der Umrüstung. Heller LED-Front- und Arbeitsscheinwerfer überzeugen durch homogene und leistungsstarke Ausleuchtung. Heller LED-Kennleuchten erhöhen die Warnwirkung gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern. Die hohe Qualität und die technischen Vorteile von heller LED-Produkten zeigen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Nachhaltigkeit. Energieverbrauch, Ausfall und Wartungskosten werden spürbar reduziert.